Ähm, ja, unsere Anti ist down. Aber die sind auch down. Haben wir wieder ein Artefakt gefunden? Oh oh. Schnell weg, schnell weg, das ist ein Kolosser dagegen, haben wir keine Chance. Ähm, haut ab! Ah, ihr seid doch so Nasen, ihr habt euch jetzt unnötig töten lassen. So, ihr müsstet jetzt langsamer anfangen. Tut mir leid, dass ich euch jetzt so aus der Ruhe werfe, aber das geht sonst nicht. So, hier wird noch Gas gesammelt, da können wir nichts rauszuholen, da wir kein Geld haben. Wollen wir mal hier angreifen? Ähm. Diese Talderin-Basis wird strategisch sehr günstig. Wir müssen sie nur vertreiben und sie für uns im Besitz. Okay. Müssen hier mal eben verteidigen. Kaputt machen. Und schnell dahin. Okay, den kaputt machen. Alles hier fokussieren. Okay, das hätten wir. Ähm, wir haben die nächste Basis freigeschaufelt, wenn man das so ausdrücken mag. Ähm, wir brauchen zwei Vikings. Am besten noch zwei Vikings. Wie gesagt, ich möchte Anti-Air haben. Und Gas. Unsere Mineralien dürfen bald abgebaut sein, wegen den Mjols. Okay, macht vorwärts. Oh. Ähm, alles kaputt machen. So, kaputt machen. Kaputt machen. Oh, oh. Macht ihn kaputt! Kaputt! Was für Esel. Was für Esel. Okay, ähm. Weiter bauen. Weiter bauen. Das Feuer kommt immer näher, das gefällt mir nicht. Wenn die Vikings fertig sind, rücken wir wieder ein bisschen vorwärts. Die Talderin-Basis ist geräumt. Das sollte uns ein bisschen Elbogenfreiheit verschaffen. Ja, und du bist total leise. Die Stimmmixung ist echt miserabel. In der einen Mission waren die Protos zu laut, sonst ist James immer ein bisschen zu leise. Hier sind die Protos leise. Das ist unglaublich. Okay, die Ravens sind fertig. Ähm, schnell abheben, schnell abheben, schnell abheben. Ähm, abbrechen, schnell abheben, rein da. Schnell abheben. So, Samstiedemps. Du musst mal schnell das Ding hier holen. Okay, und hier oben ist auch noch eine Echse. Das heißt, wir gehen zuerst hier hin. Nein, gehen wir nicht. Meinung geändert. Okay, hier hin. Und wieder abhauen. Enttarnen. Und hier die Echse freimachen. Ihr könnt direkt weiterfliegen. Klappt das? Ja, das dürfte klappen, ohne Probleme. Direkt da drauf. Okay, ähm, Kommandoszentrale. Dahin. 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 Macht mal hier euer Tanteil aus. Die Energie werdet ihr wahrscheinlich noch brauchen. So, unsere restlichen Einheiten. Gas brauchen wir momentan keins. Davon haben wir genug. So, direkt raus. Direkt die Dinge. Hier haben wir auch noch Gas. Angriff. Okay, den angreifen. Das sind wieder Halluzinationen. Die sind relativ ungefährlich. Relativ bis gar nicht gefährlich. Ähm, relativ und überhaupt nicht gefährlich. Jetzt habe ich es. Ähm, du baust mir Gas dahin. Wir brauchen weitere Marines. Gegen solche Attacken hier. Ähm, kotzt haben. Jetzt nicht mehr. Okay, ähm. Sind die nächsten zwei bald fertig? Ja, sind sie. Danach brauchst du mir ein Forschungsschiff und ein Viking. Und dann gehen wir langsam mal wieder vorwärts. Gucken, was sich hier befindet. Okay. Das ist fein. Und Angriff. So klappt das doch ganz gut. Ähm, ich bin angetan, jetzt hier mal ein Safe zu machen, weil es schwierig wird. Aber ich lasse es lieber sein. Ich trau mir selbst nicht, wenn ich Safe mache. Nachher lade ich noch und dann fail ich nur noch, weil ich mich sicher fühle. Ähm. Ne, es wird nichts. Okay. Wir gehen gleich frontal rein. Dann sind die Gegner abgelenkt. Durch die Grand Units. Hier haben wir noch das Forschungsschiff. Das Ding angreifen. Das Ding angreifen. Und wüten. Okay. Ähm. Kommt man zurück, kommt man zurück hier. Abheben. Abheben. Komm zurück. Alles einladen, alles einladen. Ah, abheben. 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 Nein, keinen Reaktor bauen. Ist verloren. Aber ich kriege das mit den Hotkeys bei den Terraner nicht hin. Verdammt nochmal. Ah ja, die reparieren sich ja selbst. Die sind doch nicht verloren. Toll. Mhm. Bämts. Und bämts. Und kaputti. Herrlich. Okay, die löschen sich selber. Das ist so genial, das Upgrade. Entharnen. Angreifen. Einsammeln. Ich bin für die Schlaf geboren. Niemand schläft ewig. Zum Seelen.